moin freunde was geht ab timo hier und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja ich weiß nicht wie das video starten soll also zum spiel karlsruhe gegen hamburg ich habe vor dem spiel gesagt wäre das spiel unschieden ausgegangen wäre ich absolut zufrieden gewesen vor allem nach dem 1 0 weil karlsruhe war so stark und als wir dann aber irgendwann 2 1 geführt haben habe ich mir gedacht er komm jungs jetzt jetzt müssen wir das ding auch gewinnen auch wenn nach dem 2 1 lange zu spielen war und ich will wirklich versuchen das video nicht allzu lange zu machen ich will versuchen die punkte die mich am meisten an dem spiel gestört haben direkt auf den punkt bringen wenn wir das video nicht so lange geht also habt ihr alle also alle die das video sehen haben das stil bestimmt gesehen okay also am ende so die letzten zehn minuten so wir hatten so viele konterschancen so gefühlt 3 gegen 1 3 gegen 2 domp jata glatzel auch noch firay wo er am ende firay nicht mehr dabei war junge ja wir hatten so viel raum da hätte man doch eine einzige eine einzige gelegenheit nutzen können um das 3 1 zu machen und dann wäre das spiel entschieden gewesen so zum beispiel domp war am ball und er hätte auf irgendjemanden rechts raus stehen kann ich mehr weiß nicht mehr was war ich glaube es war jata oder auf glatzel ich weiß es nicht ich habe ich nicht mal genau im kopf aber er macht es dann alleine so dann auf dann macht genau dasselbe noch mal spielt auf jata ab kann den noch mal annehmen ist 1 gegen 1 muss ihn einfach nur in die lange ecke schießen macht ihr nicht rein und wirklich den macht jeder kreisliga fußballer also ich verstehe es einfach nicht ein 2-2 an sich ist okay das hätte ich also wirklich voll und viel unterschrieben aber nicht wenn du zwar eins führst bis zu vier und neunzig sind oder bis zu zwei und neunzig sind drei vier chancen hast am ende wo du alleine vom kasten stehst oder domp schießt ja den tor weiter ständig an obwohl er auch einfach in irgendeine ecke schießen kann steht 3 1 ich verstehe es nicht und dann ist das tor gefahren ich sag mal so es war so eine mischung aus innerlicher trauer und akzeptanz weil mich hat es nicht gewundert die haben wirklich nach dem 2-2 so gebettelt die saßen da so und die dachten sich auch bitte macht das 2-2 wir dürfen auf keinen fall gewinnen ne 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 das ist ja das um gottes willen wir dürfen nicht gewinnen das geht ja nicht nein bloß nicht dieser muss ja spannend bleiben wir dürfen ja auch nicht aussteigen und bitte nicht es geht mir so unermal auf den zeiger an sich das also an sich das spiel so so alles zusammen war geil es war ein geiles spiel wir hatten geile chancen weil irgendwie auch komplett nur zum ende also ich weiß ja so die ersten 60 minuten waren gefühlt nur bei karlsruhe also anfang erste hälfte war karlsruhe da dann die letzten paar minuten von der ersten hälfte waren wir wieder am drücker und genau dasselbe auch in der zweiten halbzeit ähm ja also das 2-2 ist auch so verdient hätten wir auch am ende nicht gewonnen wenn wir gewonnen wenn wir auch noch verloren hätten oder so wäre auch verdient gewesen also es tut mir leid aber diese mannschaft ist trümmerhaufen also es tut mir leid aber du musst nach dem spielverlauf also nach dem spielverlauf okay wunderst du nicht dass es 2-2 steht aber es gab so viele chancen am ende ist du hättest das dreif machen müssen es tut mir leid und da kann man mir auch nicht kommen ja war das sind ja zweitligaspieler meine fresse also wir verdienen mit millionen von geld junge da muss doch wohl ein fucking ball reingehen das ist ein eins gegen eins junge einfach nur in der ecke ziehen reinmachen ich verstehe es einfach nicht also das sollte das von dem video gewesen sein es hat mich einfach so abgefuckt also an sich karlsruhe war für mich ein stück besser also es ist schon so in ordnung das spiel am ende wie das ausgang ist 2-2 dreizeit wäre auch für mich noch verdient gewesen tatsächlich für karlsruhe ja ich meine vier punkte ist gut war letzte saison wir waren da mit drei punkten und haben sie auch noch verloren wenn wir jetzt gegen berlin gewinnen und dann sieben punkte nach drei spielen haben ist auch noch alles okay aber gegen berlin musst du auch erst mal gewinnen ist auch nicht so einfach weil berlin kann auch nächstes spiel komplett gut spielen ja wie habt ihr spiel gesehen seite genauso enttäuscht wie ich an die karlsruhe trotzdem gg ich weiß nicht ob es für euch ein gefühlter sieg oder niederlage ist oder ob es euch überhaupt interessiert für mich ist eine gefühlte niederlage auch wenn vier punkte aus zwei spielen okay sind ja lasst gerne ein like da falls ihr noch den kanal seite lassen abo da und ja nur der haus ein leben lang auf wenn ich komplett genervt bin oder bis zum nächsten mal